moin moin und herzlich willkommen zurück zur nächsten folge der unterharing karriere diesmal ein bisschen anders weil die tonaufnahme beim letzten mal wieder scheiße war machen wir das jetzt in der nachvertonung ich sehe auch so aus als wäre ich aus dem bett gefallen sonne ist am scheinen ich wollte das aber auf jeden fall noch machen damit montag wieder unterhache unterharing karriere video losgeht dementsprechend gehen wir auch direkt rein hier in das spiel ihr seht schon die ersten minuten laufen hier direkt der fehlpass ja direkt fehlpass da zentrich ist nicht da und denn direkt das 1 zu 0 gegen regensburg also der start hätte nicht schlechter sein können wir sind direkt in rückstand und das natürlich mega bitter weil wir hier absolut punkten müssen damit wir hier aus dieser abstiegs beziehungsweise wir können nicht absteigen aber ihr wisst ja wie ich das meine misere rauskommen wir versuchen es irgendwie schaffen es aber nicht wir können aufbauspiel sieht das hier aufbauspiel wir sind eigentlich vier gegen vier drei gegen vier rüber maschigo na der pass und dann auch direkt wieder schlecht gemacht schlecht gemacht also wirklich bei uns läuft es einfach ganz und gar nicht hier regensburg geht auch früh drauf haben jetzt wieder eigentlich haben wir alle hinter den ball alle sind in der ball aber sie kommen trotzdem gefährlich in den 16er wir können es nicht verteidigen da rückraum guter abschluss johansson rettet uns da vor dem 2 zu 0 und wie gesagt wir wir sind hier zu hause ja zu hause und wir kriegen es nicht geschissen da gute aktion mal von hüttelreiter zum einwurf geklärt aber auch hier wieder sie können an der seitlinie machen was sie wollen können nicht mal durch ein faul gestoppt werden wieder in den rückraum wieder knapp vorbei also es hätte hier schon 2 0 stehen können das ist echt krass gewesen dieses spiel ich weiß auch nicht was da mit unserer mannschaft los war bald schon wieder im 16er schon wieder gefährlich irgendwie abgeblockt slapstick irgendwie abgeblockt noch mal und dann rausgeklärt maschigo hat da ein bisschen fällt vor sich aber ihr seht da bleiben alle stehen keiner da der angriff ist auch nichts geworden da ist denn halbzeit zum glück kann man sagen also es war ja absolut katastrophe zweite halbzeit geht los es steht immer noch 1 0 für regensburg und wir versuchen hier ich glaube wir haben nicht gewechselt ich glaube es alles gleich geblieben da schon wieder direkt der fehlplatz von jankiewicz und direkt ein faul oder sich die gelbe karte auch zu recht habe war absolut nicht das spiel von jankiewicz gelbe karte das auch noch mal angezeigt wir sind hier weiterhin in der partie es steht nur 1 0 das ist alles drin gut abgefangen da mal wieder denn aber auch da wir kommen nicht richtig raus maschigo kann jetzt gehen hat jetzt platz auf der linken seite muss nur seine pace rausholen aber er ist nicht schnell genug abgeblockt das wäre eine gute chance gewesen also war schwierig regensburg macht weiter geht wieder vorwärtsgang daraus wurde nichts wechsel 5 zu 0 ecken sagt auch einiges aus das auch wieder gefährlich und auf der linie geklärt war das wichtig dass da einer stand jankiewicz jetzt mal mit dem ball nach vorne kann bonga mitnehmen bonga jetzt auf der linken seite hat bisschen platz aber er hat keine anspielstation und auch der ball wird abgeblockt also vielleicht nicht clever genug oder was heißt vielleicht auf jeden fall nicht clever genug da hätten wir ein bisschen warten müssen bis die leute herankommen und ja guter ball gewinner von schäfer aber denn auch wieder direkt der ball verlust also ist bezeichnend die situation gute aktion folgt schlechte aktion da aber wieder gut aufgepasst trotzdem wird es gefährlich und eckball für regensburg 71 minuten gespielt wahnsinn 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 ich glaube der sechste eckball ist das jetzt für regensburg wieder kommt er rein gut geklärt aber da hinten steht schon wieder jemand faul und das war maschigo holt sich auch die gelbe karte ab freistoß gute position sehr mittig vorm tor in die mauer aber nachschuss kommt noch außennetz also ihr seht hier in dieser partie nächster wechsel wolf geht rein in dieser partie wir wir können uns glücklich schätzen dass wir erst ein ding kassiert haben pjotrowski mal im aufbauspiel jetzt mal ein bisschen platz maschigo kann da kovacevic mitnehmen rüber abgeblockt bonga wäre da gewesen noch mal in die mitte schuss jankiewicz kopfball und da ist das 1 zu 0 das 1 zu 1 tschuldigung bin ich schon ganz durcheinander hier so ein kackspiel 78 minute und denn geht es hier irgendwie noch mit dem ausgleich weiß ja auch nicht wie wird das geschafft haben sowas von unverdient wir hatten gar keine chancen das war auch der erste richtige torschuss wenn man das so nennen kann und 78 minuten spiel ist wieder auf null gestellt und ich muss euch ganz ehrlich sagen also unverdienter geht es eigentlich gar nicht regensburg natürlich jetzt drauf und dran wieder hier die führung zu holen direkt erste angriffen nach dem ausgleich kommen sie wieder gefährlich in den 16er da ist einer in der mitte frei aber aus gut abgedrängt gut abgedrängt johansson auf ortl damit sich jankiewicz kein gutes spiel gemacht hat aber trotzdem ausgleich ganz wichtig und jetzt doppelpass mit bonga ihr seht da oben müssen wir auf die nummer 11 achten da oben ich muss einfach nur quer legen ich muss nur quer legen denn schätze 2 1 das hat mich gewohnt das habe ich im richtigen spiel gar nicht so gesehen erst in der aufnahme später wahnsinn was sie hier für eine chance liegen gelassen haben so eigentlich ein sicheres tor hundertprozentige regensburg kommt auch noch mal wieder reguläre spielzeit gleich abgelaufen er tankt sich da richtig durch schäfer kommt nicht hinterher gar keine chance und in der mitte und und irgendwie drüber da war mehr drin da war definitiv mehr drin gleich apfel 4 91 läuft zum glück war das vorbei ein punkt nach diesem spiel eigentlich war es wie ein sieg muss man ganz ehrlich sagen es war wie ein sieg jetzt geht es gegen viktoria köln in der tabelle bisschen vor uns abschlussbericht da interessiert uns erstmal gerade nicht guter spieler keine frage florian carstens aber das interessiert uns alles nicht wir gucken uns die tabelle gleich noch mal kurz an sind 16 da und viktoria köln ist auf 9 sind natürlich weit vor uns wir gehen rein spieltag wir machen eine schnell simulation ich habe an der mannschaft nicht viel umgestellt weil es meiner meiner meinung nach die beste aufstellung ihr seht das welche aufstellung wir haben alles gute jungs alles wie immer von daher schnell simulation und ich habe eigentlich mit dem schlimmsten gerechnet und tatsächlich holen wir hier ein 2 zu 1 auswärts sieg bonga und jankiewicz wieder nach 78 minute denn wollen wir gleich mal weiter auf die tabelle gucken das hat uns natürlich nicht wirklich viel gebracht wir haben jetzt 26 punkte vorstand ist auch ja nicht gut drauf und da kommt wir sind entlassen worden ich habe damit tatsächlich irgendwie gerechnet aber irgendwie auch nicht und das ist ja zum punkt wo ich wirklich sage wie gehen wir weiter vor und da mache ich meinen abstimmungs link in die folge oder unter die folge rein weil wir haben jetzt ein vertragsangebot von preußen münster bekommen seht ihr auch gleich damit natürlich erst mal unterschrieben wir haben uns auch den kader angeguckt angebotenes gehalt 1000 richtig geil ja ich würde sagen das projekt dritte liga bis in die erste liga ist gescheitert nach der ersten saison rot weiß essen wo wir raus geflogen sind jetzt unter hafing ja es ist eine realistische entscheidung weil wir waren einfach zu schlecht wir haben aber hier mit preußen eine gute mannschaft muss man ganz ehrlich sagen ihr seht das die aufstellung da wir sind auf jeder position eigentlich gut besetzt doppelt sogar das heißt wir könnten hier noch mal was ich machen würde zwei folgen bis saisonende wir haben 15 spiele vielleicht auch drei folgen bis zu saisonende durchziehen gucken dass wir den mittelfeld platz belegen und dann könnt ihr abstimmen hier jetzt beenden was ich eigentlich am schade oder sich schade finden würde wenn wir jetzt hier wenden denn preußen münster durch gambeln preußen münster weitermachen denn in anderen vereinen der dritten liga zu nehmen und neu zu starten habe ich nicht wo die hsv karriere geht natürlich ganz klar weiter dienstag kommt hsv video freitag hsv video donnerstag gibt es kein unterhaching video weil ich eure abstimmung erst mal abwarten möchte das heißt montag unterhaching dienstag hsv freitag hsv vielleicht kommt in der zwischenzeit auch noch ein hsv video wir schauen mal ja also ich finde die entscheidung vom vorstand auf jeden fall total gerechtfertigt dass sie das gemacht haben weil wir waren einfach zu schlecht tabelle sagt alles 15 der platz preußen ist dreizehnter mit 26 punkten mittelfeld platz ist absolut drin sind fünf punkte sag ich mal bis auf eine einstellige tabellenplatzierung können wir auf jeden fall schaffen der kader ist gut und vielleicht bockt das auch mit preußen münster vielleicht habe ich doch noch mal lust eine saison drauf zu legen und mal schauen was mit preußen münster so geht ansonsten dank für euren support like das video teilt das video kommentiert das video und ganz wichtig stimmt ab unter dem video ja stimmt ab unter dem video was wir machen sollen und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ich sage vielen dank für uns support wünsche euch einen schönen wochenstart und wenn ihr was zu meckern habt wenn ihr irgendwas sagen wollt kommentieren liken teilen abstimmen ich wünsche euch einen schönen start in die woche wir sehen uns bis dann tschau tschau